So, bevor es hier losgeht, möchte ich euch noch gerne auf unseren Partner Penta Hotels aufmerksam machen, denn Penta Hotels bietet euch ein sehr cooles und internationales Lifestyle Hotel Konzept. Egal ob ihr im Business oder in eurer Freizeit unterwegs seid, Penta ist super unkompliziert, absolut zum Wohlfühlen und hat dabei, wie ich finde, echt gute Preise. Mega cooler Internetauftritt, super einfacher Buchungsvorgang, das hat man ja auch nicht immer, stylische Zimmer, all das und viele weitere Features werden dafür sorgen, dass ihr Penta Hotels, genau wie ich, lieben werdet. Falls ihr das nicht eh schon tut, ich muss sagen, die Art und Weise, wie Penta Hotels Design, Komfort und Extravaganz miteinander verbindet, lässt mein Rebellenherz sofort höher schlagen. Und jetzt kommt das Beste für euch da draußen, ihr Markenrebellen, gibt es exklusiv bis zum 28.02.2018 einen 20% Rabatt Gutschein auf eine Hotelbuchung in einem der Penta Hotels. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Podcasts, jetzt geht es aber erst einmal weiter hier. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Diese 8 Tipps machen dich zum erfolgreichen Influencer. Influencer haben die Macht. Was sie sagen, hat Gewicht. Und was sie tun und tragen, wird von Abertausenden, ja manchmal sogar Millionen kopiert. Marken reißen sich darum, mit ihnen zusammenzuarbeiten, damit etwas von ihrem Glanz auf sie abfärben möge. Influencer sind Experten auf ihrem Gebiet und geben dort den Ton an. Wie aber wirst du zum Influencer, den andere Menschen als Autorität anerkennen und dem sie bereitwillig folgen? Wir haben die wichtigsten Tipps für dich im folgenden Artikel. Das macht einen echten Influencer aus. Influencer sind ein Teil der Elite und im heutigen digitalen Zeitalter sogar ein überaus wichtiger. Über Social-Media-Kanäle erreichen sie ihre Zielgruppe und bauen sich selbst zur Marke auf. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Bereichen, angefangen von reinen Social-Media-Personalities über Digitalisierungspropheten bis hin zu Business-Leadern. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam. Ihr Ziel ist es, alles in ihrem Leben größer und besser zu machen, indem sie andere Menschen beeinflussen. Und dazu müssen sie in erster Linie vor allem über Stärke und Know-how verfügen. Darüber hinaus müssen sie jedoch auch dazu in der Lage sein, die Kontrolle zu übernehmen, zu führen, für sich und ihre Ideen zu sprechen und dafür zu sorgen, dass sie und ihr Team gehört werden. Sie müssen Profis darin sein, ihre Ideen durch klare und unmissverständliche Sprache ihrer Zielgruppe zu verkaufen. Ebenso müssen sie kommunizieren können, was ihr Ziel ist, was sie anstreben und wie sie dies verwirklichen wollen. Das sind jedoch nur die Grundvoraussetzungen, die ein Influencer mitbringen muss. Neben dieser muss er noch über zahlreiche weitere Eigenschaften verfügen, um andere Menschen in seinen Bann zu ziehen und von diesen als Leitfigur anerkannt zu werden. Welche dies sind, erfährst du jetzt. 1. Habe Überzeugungskraft Andere von etwas überzeugen zu können, ist wohl die stärkste und wichtigste Gabe von Influencern. Daher solltest auch du dir diese aneignen, wenn du zum erfolgreichen Influencer werden möchtest. Du solltest es als Herausforderung ansehen und lieben, neue Leute, Kunden, Lieferanten, Auftraggeber zu treffen, dich mit ihnen zu verbinden, sie von deinen Ideen zu überzeugen und sie für diese zu gewinnen. Was sich jetzt vielleicht nicht so kompliziert liest, kann aber durchaus tricky sein, denn Menschen von etwas zu überzeugen, ist nicht das gleiche, wie ihnen etwas zu verkaufen oder sie zu überreden, etwas aus deiner Perspektive zu sehen. Überzeugung ist ein Prozess, in dem von anderen gelernt und auf eine gemeinsame Lösung hin verhandelt wird. Damit dir das gelingen kann, musst du zuerst deine Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen und eine gemeinsame Ausgangsbasis mit deiner Zielgruppe finden. Biete deiner Zielgruppe handfeste Beweise dafür, dass eine Verbindung mit dir Benefits für sie hat und dass ihr gemeinsame Interessen habt. In weiterer Folge solltest du unbedingt eine emotionale Beziehung zu ihr aufbauen. Versuche neue Kunden zu gewinnen, indem du sie schier überwältigst. Sei es mit Over-the-top-Stories, Beschreibungen oder Beispielen, die deine Ideen lebendig werden lassen. So kannst du deine Zielgruppe für dich gewinnen und in deinen Bann ziehen. 2. Kommuniziere Kommunikation ist das wichtigste Mittel, um andere zu beeinflussen. Dabei ist Kommunikation natürlich nicht gleich Kommunikation. Selbstverständlich solltest du effektiv kommunizieren, damit andere deine Botschaft erhalten und auch aufnehmen. Du musst zu einem geborenen Kommunikator werden, einem natürlichen Redner und Botschafter deiner Idee, einem Unterhalter und Gesellschafter, einem Moderator, der es schafft, seine Ideen in aussagekräftige Worte umzuwandeln, die Taten zur Folge haben. Das ist aber noch nicht die einzige Bedeutung von Kommunikation. Sie ist darüber hinaus auch ausschlaggebend für deinen Erfolg sowie jenen des Teams, in dem du womöglich arbeitest. Jede Kommunikation zwischen Menschen, jede Interaktion zwischen dir und Kollegen, Führungskräften, Mitarbeitern, Kunden und Auftraggebern entscheidet darüber, wie du wahrgenommen wirst und ist zudem eine Möglichkeit, um Vertrauen sowie einen positiven Einfluss aufzubauen. Egal, ob du Informationen oder eine unangenehme Botschaft übermittelst, Kommunikation ist immer eines der effektivsten Instrumente, um deine Ziele zu erreichen. Und Influence, eben Einfluss, aufzubauen. Umso wichtiger ist es daher, dass du effektive Kommunikationsstrategien erlernst. Zu diesen zählt zum Beispiel Neurolinguistic Programming, kurz NLP. Nicht umsonst bedienen sich Politiker immer wieder dieser Technik, um ihre Botschaften an das Wahlvolk zu bringen. Häufig haben sie damit auch Erfolg, zumindest so lange sie es damit nicht übertreiben und die Menschen das Gefühl bekommen, bewusst manipuliert zu werden. Das solltest daher auch du nicht, um deine Ziele zu erreichen. 3. Sei selbstbewusst Um Einfluss auszuüben, musst du über einen inneren Kompass verfügen, der dir eine bestimmte Art von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit verleiht, die dafür sorgt, dass du deinen Werten, deinen Fähigkeiten sowie deinen Entscheidungen treu bleibst. Diese Art von Selbstbewusstsein lässt sich kurz und knackig in zwei Worte zusammenfassen. 4. Ich kann Diese solltest du dir daher auch immer wieder in Gedanken und auch laut vorsagen. Während Angst und Panik Gift für Selbstbewusstsein sind, ist Eigeninitiative das beste Mittel, um Selbstbewusstsein zu steigern. Versuche in irgendetwas so richtig, richtig gut zu werden, denn das ist der direkte Weg zu mehr Selbstbewusstsein. Versuche der Beste auf deinem Gebiet zu werden. Je fähiger du dich fühlst, umso selbstbewusster wirst du auch. Zuvor solltest du allerdings jene Fähigkeiten identifizieren, die du für die Realisierung deiner Idee am ehesten benötigst. Wenn du dir deine Ziele ansiehst, solltest du dabei immer deine individuelle Vorstellung von Erfolg im Kopf behalten und nicht jene von anderen. Nur wenn du diese verfolgst, kannst du nämlich Leidenschaft und Stolz für deine Arbeit entwickeln. Zudem solltest du aber deine bereits vorhandenen Fähigkeiten identifizieren und Pläne entwickeln, wie du diese noch verbessern und ausbauen kannst. Dazu solltest du ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Perfektionierung deiner Talente und Erfahrungen sein und diese auch unbedingt nutzen. Letztendlich stammt ein nicht so kleiner Teil unseres Selbstwertes vom Glauben und Vertrauen in uns, dass wir die Dinge um uns verändern können. 4. Sei ein Macher Um ein erfolgreicher Influencer zu sein, musst du unbedingt auch ein Macher sein. Du benötigst eine große Leidenschaft dafür, Dinge ins Rollen zu bringen und deine Pläne zur Verwirklichung zu führen. Dein innerer Antrieb muss es sein, Gedanken so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen. Und es muss eine Herausforderung für dich sein, unverzüglich aktiv zu werden. Dabei ist es immens wichtig zu beweisen, dass du nicht nur heiße Luft produzierst, sondern wirklich ein Mensch der Tat bist. Um deine Glaubwürdigkeit zu untermauern und einen starken Einfluss aufzubauen, müssen die Dinge jetzt passieren. Prokrastination ist ein absolutes No-Go. Das solltest du auch beim Aufbau deines Teams immer im Kopf behalten, denn dessen Mitglieder müssen ebenfalls das gleiche Mindset besitzen und selbst ebenfalls Macher sein. Alle, die an der Realisierung deines Ziels beteiligt sind, müssen unverzüglich jene Arbeit erledigen, die getan werden muss, um das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. 5. Mache andere größer Influencer beeindrucken nicht nur mit ihren eigenen Fähigkeiten und ihrem eigenen Können. Sie sehen gleichzeitig auch das Potenzial in anderen. Und das meist vor allen anderen. Dabei nutzen sie Stärke, sei es ihre eigene oder die von anderen, stets als Inspiration. Daher solltest du daran arbeiten, die Fähigkeiten, das Größere in deinen Mitarbeitern und jenen Menschen, mit denen du Geschäfte machen willst, zu entwickeln. Eines unserer Ziele sollte es stets sein, anderen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Du solltest erkennen können, worin andere am besten sind und bei welchen Aufgaben sie voll aufgehen und über sich hinaus wachsen. Damit dir das gelingt, musst du dich auf Qualität konzentrieren. Denn das ermöglicht es dir, dich auf Stärken zu konzentrieren und Schwächen zu umgehen. Indem du Stärken förderst, gewinnt jeder. Und du wirst als Influencer anerkannt. 6. Sei ein Wettkämpfer Wenn du ein Influencer sein möchtest, darfst du nicht vor Wettbewerben zurückschrecken. Im Gegenteil, du musst dazu entschlossen sein, Wettbewerbe unbedingt gewinnen zu wollen. Dein Fortschritt und dein Erfolg werden immer mit jenen deiner Mitbewerber verglichen werden und dabei willst du doch sicherlich als Gewinner hervorgehen. Kämpferisch zu sein, wirkt sich zudem positiv auf Verkäufe sowie das Gewinn neuer Kontakte aus. Eine kämpferische Einstellung mit dem Ziel, Wettbewerbe gegen andere zu gewinnen, ist eine unglaubliche Antriebskraft für deinen Erfolg. Dabei solltest du deine Mitarbeiter aber nicht als deine Feinde sehen, sondern vielmehr als deine Herausforderer. Und als solche machen sie dich stetig besser, indem du versuchst, sie zu übertrumpfen. Wenn du dich mit Overachievern umgibst und dich an ihnen misst, wirst du so gut wie automatisch besser und damit natürlich auch erfolgreich. Ein derartiges Umfeld zwingt dich geradezu dazu, analytisch zu denken und immer einen Schritt voraus zu sein, alleine schon, um überhaupt mithalten zu können. Daher solltest du deine Mitbewerber und Herausforderer auch immer schätzen, denn von ihnen kannst du viel lernen. Nutze sie, um dich zu motivieren und zu immer höheren Leistungen anzutreiben. Gib jeden Tag alles und du wirst sehen, wie du erfolgreich sein wirst. 7. Sei ein Leader Um ein großer Influencer zu werden, musst du den Willen anzuführen mitbringen und leider auch den Willen zu leiden. Denn nur jene, die etwas riskiert und gelitten haben, sind am Ende große Leader geworden. Du solltest daher keine Angst davor haben, Fehler zu machen und auch einmal schlechte Zeiten durchleben zu müssen. Gerade deren erfolgreiches Durchstehen ist auf die Basis für unglaublichen Erfolg. Durch Leid verdienst du dir deine Position an der Spitze sowie das Recht, andere durch die Wirren der Geschäftswelt zu führen. Menschen vertrauen dir automatisch, wenn du auch finstere Zeiten erfolgreich durchlebt hast. Auf diese Weise können sie nämlich sicher sein, dass du mit Problemen und Konflikten erfolgreich umgehen und diese lösen kannst. Wer will schon jemandem folgen, der noch nie mit Problemen konfrontiert war? Woher sollte dieser die Kompetenz haben, diese zu lösen? Eben. Jene hingegen, die bereits gelitten haben und auch die dunklen Seiten kennen, haben die Weisheit, die es braucht, um ein Leader zu sein. Achtens. Sei bedeutsam und gib anderen Bedeutung. Die eigene Bedeutsamkeit sowie jene anderer zu fühlen, ist wahrscheinlich das größte Geschenk für einen Influencer. Aber wie definiert sich Bedeutsamkeit in diesem Zusammenhang? Nun, um bedeutsam zu sein, musst du einen positiven Einfluss haben und die Wertschätzung anderer deinen Bemühungen gegenüber spüren. Um das zu erreichen, solltest du Projekte anhand ihres Einflusses auf deine Organisation sowie jene deines Umfelds auswählen. Vergiss nicht, so gut wie jeder möchte Bedeutung haben. Für manche ist dies gar der Hauptantrieb in ihrem Leben. Das kann sogar so weit gehen, dass sich in Verbindung mit der Motivation, die Leben anderer positiv zu beeinflussen, der mächtigste Einfluss und der größte finanzielle sowie emotionale Erfolg einstellen. Du solltest die Rolle von Bedeutsamkeit also keinesfalls unterschätzen, denn sie ist eine entscheidende Triebkraft für unzählige Menschen und ein unglaublich wichtiger Erfolgsfaktor. Nutze die Kraft des Einflusses und werde zum Influencer. Influencer sind heute eine konstante Größe. Sie haben die Macht, Dinge zu bewegen und Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das gelingt ihnen, weil sie über bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten verfügen. So scheuen sie sich zum Beispiel nicht davor zurück, Verantwortung und Kontrolle zu übernehmen, anzuführen und für ihre Meinung aufzustehen. Indem du dir diese Eigenschaften aneignest, kannst auch du zum Influencer werden. Anhand unserer 8 Tipps kannst du dich selbst zum Influencer aufbauen und lernen, worauf es ankommt, um Menschen in deinen Bann zu ziehen. Hier noch einmal der Hinweis auf unsere exklusive Gutscheinaktion mit unserem Partner Penta Hotels. Viele von euch werden diese kultigen Hotels wahrscheinlich schon kennen. Für alle anderen sei noch einmal erwähnt, wie cool und unkompliziert die Buchung und ein Aufenthalt im Penta-Universum ist. Denn Penta ist außergewöhnlich, ist Lifestyle pur und man kann sich hier wirklich rundum wohlfühlen. Das kann ich versprechen. Also, wie schon angesprochen, bis zum 28.02.2018 bekommt ihr einen 20% Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung bei Penta Hotels. Dazu gebt ihr bei eurer Buchung auf www.pentahotels.com in der Buchungsmaske den Promotion-Code MARKENREBELL ein. Vielleicht nutzt ihr den Gutschein für einen Städtetrip oder wieso nicht das nächste Team-Meeting mal in einer inspirierenden Atmosphäre starten. Und vergesst nicht, mir unbedingt ein Foto davon zu schicken. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja in einem der Penta Hotels. In diesem Sinne, ciao und bleibt rebellisch. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet. Wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Show Notes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.